Wir können ja mal einfach einen Test durchlaufen. Mal schauen, warum nicht klar? Ja, mach mal hier jetzt. Ich war einfach der wenigstens... Beide Seiten reingewirrt. Nein, äh... Könnte ich auch. Aber was kommt unter Taktik so einstellen? Keine Ahnung. Ah, da. Ah, Street-Style. Das hat drauf. Ah, mit dem hatte ich keine Taktik. Ja. Wie hast du weiter gedrückt? Einfach zurück. Ja. Und zwei Meter Seiten lang drauf. Tö, mach dich ehrlich. Richtig. Ich hab dich gerade. Ich wechsle. Hm? Fühl hoch. Gute. Mach den mal auf. Mann, Leute, was... Schüße kann man nicht. Ich hab's nicht anders. Hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. 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 Oh, ich fühlte gerne ab. Ach, ich habe anstoßen. Oh, ein Auto-Witsch. Ja, doch. Oh, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so. Wie ist das denn? Ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so. Oh, ich fühle mich nicht so. Ja, ich fühle mich nicht so. Was ist los? Er hat mich getummelt. Oh, ja. Wie ist der Foto? Ja, ich bin so. Das kann man halt nur der Jansen sehen. Der alte Streets da. Ja, ja, ja. Hammer natürlich. Ach, das ist immer noch gut. Ja, das kann man auch schon erzählen. Ja, jetzt ist die Pause. Kann ich nur noch auf das Stück? Na, komm, komm. Ich muss sagen, hier ist das nicht so. Ich bin so schwer. Oh. Oh, das ist ja. Ich bin so gut. Komm, ich vermisse. Come on. Come on. Ich bin so gut. Oh. Ich bin so gut. 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 Freistoß. Was ist alles für ein Kack? Nein. Oh. Oh. Oh, der wird steigern. Der Spezialist. Oh. Der Stab. Sweaty-Ole. Stab gekürzt. Wir brauchen die EF. Wir müssen doch noch mal an seinem Team-School sein. So ganz Basile. Oh, Pizarro, der einfach sehr speziell ist. Du kennst doch schon mal das. Falsch. Das Hose hat jetzt Asse. Oh, oh, okay. Das ist ganz schön. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Das ist das, was wir brauchen. Das war so, was wir brauchen. Oh, kann ich auch. Nein, kann ich nicht. Pizarro hat es gewonnen. Ja, so hat es gewonnen. Das ist ja auch ein Spaß. Die Kameraposition ist immer so scheiße. Wir gucken gleich in die Tat. Ich bin schon zwischendurch durch. Nein, danke. Boah, Mario. Oh, oh, komm. Jansen. Stark. Oh, oh. Ein Foul. Das ist auch ein Foul. Ja. Ach so, scheiße. Oh, komm. Oh. Ist schon ein guter Mann, ist schon ein guter Mann. Das ist ja fast so groß wie... Das war auch eine Strecke. Traubt auch weg. Ach, dann kannst du ja nicht punkten. Ich glaube, ich nehme gleich mal einen Ende. Oh, wie sind... Ja, ja. Sehr gut dann. Mach! Genau, der ist nicht mehr jetzt. Soll es ja auch so aussitzen, oder? Prämisch, oder? Ja. Warte mal, die Prognose. Was kannst du ja nicht angekommen? Äh, 3-1. Ja. Ich sehe eine Tendenz, ich sehe eine richtige Tendenz wirklich zu den nächsten Versus-Matches. Was für ein bisschen mehr. Dass ich vielleicht gewinnen werde. Oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Wow. Weiß aus. Was ist das? Das ist halt wirklich. Oh, ho, 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 ho. Oh, oh! Oh, das ist ja wirklich. Oh, ho. Oh, das ist ja immer so großartig. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh! Oh, oh. Oh! Oh, ja, das war so ein bisschen fluch. Oh, ja. Wir haben sie. 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 Wir haben sie aber nicht noch anbekommen. Okay? Okay? Puh! Komm nicht! Warum läuft der Mami denn nicht mit der? Ey ja, ich habe mir die Kriffe aus. Ah, hier ist der Kuh. Oh, der war voll. Oh, ich werfe den jetzt. Ich glaube, das sieht irgendwie süß aus. Ich muss jetzt noch halbe kriegen. Ja, ja, das war schon stark. Toll! Ja, das war schon so schön. Haha. Ja! Das ist so schön. WDR mediagroup GmbH oder GmbH.